Markus Flicker Foto- und Video-Podcast. Mehr im Buch auf Amazon und auf www.flicker.com. Hallo und willkommen zum Foto-Podcast rund um die Fotografie und Videografie. Foto-Video-Podcast Markus Flicker ist ein talentierter Fotograf und Videograf, der seine Expertise und Leidenschaft für das Handwerk in seinem Podcast Markus Flicker Foto- und Video-Podcast teilt. Der Podcast ist eine informative und unterhaltsame Quelle für alle Dio, die an der Fotografie und Videografie interessiert sind und mehr über die verschiedenen Aspekte dieser Kunstformen erfahren möchten. Als Moderator des Podcasts nutzt Markus Flicker seine jahrelange Erfahrung als Fotograf und Videograf, um verschiedene Themen zu diskutieren, von Techniken und Ausrüstung bis hin zu Marketing und Geschäftsstrategien. Mit seiner warmen und einladenden Art und Weise schafft Markus eine angenehme Atmosphäre im Podcast und lädt seine Zuhörer ein, sich aktiv an den Diskussionen zu beteiligen. Markus Flicker ist ein Meister seines Handwerks und seine Fähigkeiten als Fotograf und Videograf werden in jedem Podcast deutlich. Er liefert wertvolle Tipps und Tricks tab, um das Beste aus der Ausrüstung herauszuholen und präsentiert inspirierende Beispiele für die kreative Gestaltung von Fotografien und Videos. Als Zuhörer des Markus Flicker Foto- und Videopodcasts erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Welt der Fotografie und Videografie und haben die Möglichkeit, von einem erfahrenen Profi zu lernen. Ob Sie ein Amateur oder ein professioneller Fotograf oder Videograf sind, der Podcast ist ein Muss für alle, die ihre Fähigkeiten verbessern möchten. Insgesamt ist der Markus Flicker Foto- und Videopodcast ein ausgezeichnetes Angebot für alle, die sich für Fotografie und Videografie interessieren. Mit seiner Fülle an wertvollen Informationen und inspirierenden Beispielen ist der Podcast eine wertvolle Quelle für jeden, der seine Fähigkeiten und Kenntnisse auf diesem Gebiet verbessern möchte. Darüber hinaus hat sich Markus Flicker auf die Erstellung von Fotos und Videos mit dem Smartphone spezialisiert. Immer mehr Menschen nutzen ihr Smartphone als primäres Gerät, um Momente festzuhalten und Geschichten zu erzählen. Markus Flicker erkennt den Wert und das Potenzial dieser Technologie und teilt seine Expertise und Tipps, um das Beste aus dem Smartphone herauszuholen. Durch seine Erfahrung und sein Wissen hat Markus Flicker viele Möglichkeiten und Tricks entdeckt, um mit dem Smartphone qualitativ hochwertige Fotos und Videos zu erstellen. Von der Verwendung von Zubehör wie Stativen und Linsen bis hin zur Optimierung von Einstellungen und der Verwendung von Apps zur Bearbeitung und Verbesserung von Fotos und Videos gibt Markus Flicker wertvolle Tipps und Anleitungen für jeden, der mit dem Smartphone arbeitet. Sein Fokus auf die Verwendung des Smartphones für Fotografie und Videografie macht den Markus Flicker Foto & Video Podcast zu einer einzigartigen Quelle für alle, die ihre Smartphone-Kamera-Fähigkeiten verbessern möchten. Durch seine Anleitung und Einblicke können die Zuhörerinnen und Zuhörer lernen, wie sie ihre Smartphone-Kamera optimal nutzen und beeindruckende Ergebnisse erzielen können. Insgesamt ist Markus Flickers Schwerpunkt auf die Erstellung von Fotos und Videos mit dem Smartphone einzigartig und wertvoll für alle, die das Potenzial ihrer mobilen Geräte entdecken möchten. Sein Podcast ist eine wichtige Ressource für jeden, der Fotografie und Videografie liebt und die Möglichkeiten seiner Smartphone-Kamera erkunden möchte. Verfügbarkeit Apple Podcast, Hotpass Podcast.apple.com slash us slash podcast Markus-Flicker Photo Video Podcast ID 14576414 Amazon Music slash music.amazon.sthcast for 590sd494 B2B Marcus Flicker Photo Video Podcast Deezer Taier dash D's of a Dave The Beelung Not like Star of Coms Show 1-Tanzo-Tan 25555 Castbox Castbox CastboxDocs FM X slash Google Podcasts HeyQ Texts Podcasts Google.com Slash Feed A-H-N-O-S-B-M-No B-3-Zim-No V-Sign 9IOG4 M-V-A-N-L-E-K-N-O Pocket Casts PCA Slash That's Zix N-F-D-I Raid Public Markus Flicker Marcus Flicker Photo Video Podcast W-Z-W-U Stitcher Stitcher 1-665-247 Podcast.de www.podcast.de Podcast 3-NOS-4486 Marcus Flicker Minis Podcast Tune & Com HTTP Tune.in PMI's Podchaser Podchaser Podchit.com Slash Podcast Markus Flicker Podcast 4886 Weihnachts Anachts UV Podcast Mein Foto Podcast ist eine Plattform, auf der ich meine Leidenschaft für die Fotografie und Videografie teile und mich mit anderen Fotografen und Videografen über verschiedene Themen rund um diese Bereiche austausche. Ich lade in meinem Past regelmäßig Gäste ein, die ebenfalls in der Fotografie- und Videografiebranche tätig sind und die ihre Erfahrungen und ihr Wissen teilen. Dabei geht es um alles, von technischen Tipps und Tricks bis hin zu kreativen Ideen und Inspirationen. Mein Ziel ist es, meine Hörer zu informieren und zu inspirieren und ihnen dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen in diesem Bereich zu erweitern. Ich hoffe, dass mein Podcast auch anderen Fotografen und Videografen eine Plattform bietet, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Ich freue mich sehr über die positive Resonanz, die mein Podcast bisher erfahren hat und hoffe, dass ich auch in Zukunft interessante Themen und Gäste für meine Hörer finden kann. Ich bin überzeugt, dass mein Foto Podcast eine tolle Ergänzung für jeden ist, der sich für die Fotografie und Videografie interessiert und ich hoffe, dass er auch weiterhin vielen Menschen Freude bereitet. Du willst in einen Podcast? Ich würde mich sehr freuen, wenn du in meinem Foto- und Videopodcast als Gast auftreten würdest. Ich denke, dass du viel Erfahrung und Wissen in diesem Bereich hast und ich bin mir sicher, dass du meinen Hörern viele interessante Einblicke und Inspirationen bieten kannst. In meinem Podcast möchte ich mich mit anderen Fotografen und Videografen über verschiedene Themen rund um die Fotografie und Videografie austauschen und ich glaube, dass deine Perspektive und deine Erfahrungen eine wertvolle Ergänzung darstellen würden. Ich hoffe, dass du meine Einladung annimmst und ich würde mich sehr freuen, dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich denke, dass wir zusammen eine tolle Folge gestalten können und ich bin mir sicher, dass unsere Hörer von deinen Erfahrungen und deinem Wissen profitieren werden. Bitte lass mich wissen, ob du an einer Teilnahme in meinem Podcast interessiert bist und wir können gerne alles Weitere besprechen. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören und hoffe, dass wir bald zusammenarbeiten können. Du willst in den Podcast? Dann melde dich bei mir. Kreative Fotografie von A bis Z und etwas anders. Die letzten Folgen sind immer vollkommen kostenlos. Foto- und Videopodcast-Folgen Als Fotograf und Videograf ist es immer wichtig, sich weiterzubilden und neue Ideen und Inspirationen zu sammeln. Eine tolle Möglichkeit, das zu tun, ist der Hören von Foto-Podcasts. In diesen Podcasts können sich Fotografen und Videografen über verschiedene Themen rund um die Fotografie und Videografie austauschen und sich gegenseitig informieren und inspirieren. In Foto-Podcasts gibt es oft interessante Gäste, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen teilen und Tipps und Tricks verraten. So kannst du deine Fähigkeiten und dein Wissen in diesem Bereich erweitern und dich stets weiterbilden. Außerdem bieten Foto-Podcasts eine tolle Möglichkeit, um in Kontakt mit anderen Fotografen und Videografen zu bleiben und sich auszutauschen. So kannst du dich auch mit anderen über die aktuellen Entwicklungen und Trends in der Branche informieren und neue Perspektiven kennenlernen. Ein Foto-Podcast ist also eine tolle Möglichkeit, um sich weiterzubilden und inspirieren zu lassen und gleichzeitig in Kontakt mit anderen Fotografen und Videografen zu bleiben. Es lohnt sich also, regelmäßig Foto-Podcasts zu hören und sich auf diese Weise immer auf dem neuesten Stand zu halten. Mehr im Buch auf Amazon